So Leute, das ganze Video, was ihr jetzt sehen werdet, ist mit der Oculus Quest entstanden. Das wunderbare Ding, was ich hier in der Hand hab und das ist neu raus und besagt, dass ihr nicht mehr im PC oder sonst was braucht, sondern das Ding nimmt selber auf. Was bei der Oculus Quest mega entspannt ist, ist, dass das Paket ankommt und du sofort anfangen kannst. Du nimmst einfach das Headset raus, dann nimmst du die Controller, machst die schön eng ums Handgelenk, dann setzt du das Headset auf deinen Kopf und schwuppdiwupp kann's schon losgehen. Du kannst die Quest direkt mit deinem Handy verbinden, du brauchst kein PC, du brauchst keine Kabel, du hast keine Wartezeit, es ist easy going. Und das, was ich hier anhab, ist alles, was ich brauche zum Zocken. Checkt einfach mal den Link in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß. Attacke! Ich erfüll mir jetzt einen kleinen Traum und zocke eigentlich superhot. Ich hab das schon mal auf einem normalen PC gespielt, das hab ich aber nur ganz kurz gemacht, weil ich sofort gemerkt hab, VR ist so shit. Aber irgendwie bin ich hier in so ein... Ist das superhot? Oh mein Gott, ich bin so dumm. Okay. Ah. Bitte setzt das VRZ auf. Hab ich. Ach so, muss ich das hier jetzt auch machen? Okay. Äh. Ah. Ah. Oh, wow. Holy shit. So. Oh. Äh. Äh. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber da ist jemand mit der Waffe. Ah. Oh mein Gott. Wenn du dich nicht bewegst, bewegst du dir ein Zeichen. Oh Gott. Ah. Ah. Ich hab andere Sorgen. Ah. Ah. Oh. Okay. 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 Come the fuck down. Ja, jetzt. Oh. Wo hab ich denn da hingeworfen? Okay. Da hinten ist einer. Da ist einer. Aber auf den kann ich keinen Schritt zu gehen. Das heißt, ich muss ihn abwerfen. Stirp. Äh. Das ist jetzt ein awkward moment. Äh. Nehmen wir die? Äh. Äh. Bruder? Äh. 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 Oh mein Gott. Das. Oh mein Gott. Okay. Also. 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 Okay. Moment. Ja. Oh. Okay. Okay. Ich muss mich mal kurz bücken. Äh. Okay. Alter. Äh. Äh. Darf ich kurz auf der Flasche? Du hast doch hier. Ne. Wo? Der ist gut. Boah. Boah. Alter. Alter. Oh mein Gott. Bruder. Gib mir die. Alter. Ist so smart. Die ist kaputt. Oh. Äh. Äh. Okay. Ne. Wo ging die denn hin? Eie. Ah. Schießen kann ich gar nicht. Okay. Huh. Ey. Wollen wir uns nicht auf? Äh. Darf ich einmal? Ah. Okay. Wow. Das Schwer ist einfach in mir gespahnt. Okay. Komm hier. Nimm das. Ach. Weißt du was? Wohohohoho. Ah. Oh shit. Ähm. Entschuldigung. Darf ich sie kurz abstechen? Oh. War close? Okay. Ähm. Oh. Das ist close, ne? Entschuldigung? Ne. Die Waffe. Oh shit. Okay. Okay. Jetzt aber. Okay. Ha. Hab ich nicht fest genug geworfen? Okay. Oh. Oh. Okay. Das Ding ist halt, die sind normalerweise langsamer, weil wenn du in dem Moment eine Bewegung machst und auf einmal so einen Speed-Headshot kriegst, da erschreckst du dich halt mega. Okay. Aber ich kann jetzt nicht hier so verkacken. Wow. Boah. Ah. Okay. Jetzt aber. Behutsam? In die Fri- Wo ist es hin? Sekunde. Entschuldigung. Äh. Ich- Darf ich einmal ganz kurz? Danke. Ist es? Ähm. Och nee. Ach Gott. Ich hasse mein Leben. Oh. Oh, hier bin ich eben gestorben. Okay. Ähm. Oh shit. Da ist schon was, ne? Oh, ich bin gestorben. Okay. Hier wird mir was ange... Ah. Was bist du? Ah, das ist Rücken. Okay. Wow. Okay. Es ist so krass. Leute, generell ist es übrigens so, dass ihr nur ein Auge seht. Das heißt, ich sehe tatsächlich ein bisschen mehr. Aber das sieht man nicht, weil ich trotzdem so viele Fehler mache. Die. Boom. Oh shit. Alter, hab ich hier schon. Ich hab das Gefühl, ich bin zu hektisch. Huh. Aber dann wiederum hab ich auch einfach Lust zu leben. Du siehst ja nicht, was hier passiert, ne? Aber ich kann dir sagen, das erste Level hab ich wirklich oft gespielt. Komm doch raus. Ähm. Scheiße. Hab ich mal eine Shotgun geworfen? Hallo? Ah, ne. Der geht nicht durch, ne? Ah. Ich weiß ja auch nicht genau, was wir jetzt beide hier machen. Ach, du hast noch einen Schuss. Wie viel Schuss haben die denn da drin? Alter. Ja. Okay. Okay. Oh. Ja. Aber wenn jetzt noch ein Schuss kommt, wird es langsam doof. Oh. In die Weichteile. Oh shit. Das level ist schon wieder. Boah. Oh. Yes. Finally. I did it. Ähm. Okay. Ich werf dich mal ganz kurz in die Luft. Oh. Oh, hallo. Äh. Ich habe ungewor... Oh. 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 Der war close. Der war... Der war... Okay. Der hat mich auch gekehlt. Peng, peng. Okay. Okay. Letzte Worte. Och, nicht schon wieder sowas. Äh. Oh. Aber das Problem ist ja, das hier. Wie mache ich das? Hier sind drei Leute mit einer Shotgun vor mir, die mich umbringen wollen. Und ich habe keine Waffe. Oh, das reicht. Überraschung. Oh, wow. Ich habe mich hinter die geportet. Das ist so cool. Ich fühle mich wie in... Oh. Von wo? Kommt da noch einer von hinter mir? Das scheint mir so ein schöner Jumpscare-Moment. Nehmen wir erst mal eine Pistole für den. Den. Scheiße, ich hätte gar nichts. Entschuldigung. Super hot. Boom. Okay, das war viel einfacher, das zweite Level. Ein Level mache ich auf jeden Fall noch. Was ist das denn? Äh, bin ich jetzt John Wick oder was? Ja, komm hier. Hä? Wunderbar. Von wo höre ich den Schuss? Oh! Oh, wow. Alter, das ist ein Tacker. Ich will mir ja nicht so viel Stress machen mit euch. Sorry. Okay, der Aschenbächer war cool, aber was gibt es hier noch? Kann ich hier? Nee, da kommt gerade ein Schuss raus. Ich habe leider keinen Schuss mehr für dich, glaube ich. Ich hätte es so oft gelaufen. Da müssen wir leider ein bisschen warten, bis du da bist. Äh, Pizza hat der Pizza hat der. Der, 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 der. Ja. Ja. Nach ihm, Sir. Ja. Arschloch. Was? Nee. Äh. Nee. Wie kann ich den denn missen? Fuck, ich will jetzt nicht sterben. Okay. Was ist jetzt los? Einsatzzeiten. Nee, 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 nee. Nee. Nee, ich will hier nicht runterspringen. Oh mein Gott, das ist so diese Dinge, die man immer sieht, wenn Leute von Feuer reden. Muss ich da jetzt hin? Da ist schon gigabiert. Oh, okay. Oh mein Gott, okay. Okay, okay, okay. Das ist, das ist creepy shit. Okay, das. Ich bin durch. Ich hab's. Da bin ich durch. Ey, BK, Just Johnny. Ich muss sagen, das war ein, ist ein mega krasser, krasser Sprung im Vergleich zum letzten Mal, als ich hier war. Vielleicht kennt ihr das Video noch. Das war auch krass, aber das jetzt, muss ich sagen, also Superhot ist insane. Wenn ihr Gelegenheit habt, macht es. Aber macht es vielleicht eher im Winter. Oder schwitzt einfach weniger als ich. Ey, mega krass. Also fürs erste Level hab ich ewig gebraucht, aber man fühlt sich echt cool. Also das ist so, wie ich es mir vorgestellt hab. Aber jetzt muss ich duschen.